Hallihallo und willkommen zu Shoninjas Let's Plays. Ich bin euer Shoninja und ich habe heute mal eine kleine Ankündigung zu machen, denn ich habe gerade einen Gutschein-Code bekommen für das Spiel X-Blades und ja, der ist 90% wert, also würden von den 10€ wahrscheinlich dann nur noch 1€ übrig bleiben. Und ja, ich spiele jetzt einfach mal das Video ab und falls ihr Interesse an dem Spiel bzw. den Gutschein habt, dann addet mich doch ins Team, mein Name ist Shoninja und ja, unter all denen, die jetzt schreiben, ich will den Gutschein in der Videobeschreibung, unter denen verlose ich es dann bis spätestens den 8. Juli, denn der Gutschein geht nur bis 9. Juli. Bis 8. mache ich das Gewinnspiel jetzt, bis 8. Mitternacht und dann verschicke ich am 9. den Gutschein bzw. machen wir mal am besten bis zum 7. und am 8. verschicke ich den Gutschein, weil nicht, dass der nur bis zum 9. morgens geht. Outro Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020